Ja, dann gibt es den Tempel von Dauros, erlaubt das Rekrutieren vom Paladin in der Warrior-Gilde und erlaubt Stoneskin, das ist dann der Tempel hier. Tempel auf Fervos, Rekrutiert Kultisten, Tempel Heizauber, das wird der hier hinten sein, ja, Warriors of Discord in der Warrior-Gilde und Spawned Rocks, die die Kultisten bezaubern können. Und erhöht das Glück aller Helden, die nach dem Bau dieses Tempels rekrutiert werden. Dann haben wir noch den Tempel of Kron, rekrutiert Barbaren und erlaubt uns Rage of Kron, das ist irgendwo hier hinten garantiert. Ne, das ist Tempel of Kripta, Tempel of Helia, Tempel of Fervos, Tempel of Quolm, der bringt uns gar nichts hier unten, merke ich gerade, weil das ist Kripta, das ist Dauros und das ist Fervos. Tempel of Helia und Tempel of Lunort sind da hinten, ja, Krypta sind Todesanbeter. Rekrutiert Priesterin und erlaubt den Spar River. Ich entscheide mich jetzt erstmal für den Tempel von Agrella. Baue ihn hier hin. Und baue hier unten die Statue hin. Ja, und man sieht, der Tempel von Agrella sorgt dafür, dass, ähm, andere Tempel auf einmal verschwinden aus der Liste. Das steht also gar nicht mal in der Beschreibung drin. Oh, nebenbei, Pfeile erforschen. Ernsthaft, die haben schon wieder mein Posten da unten zerstört. So, jetzt baue ich den weit weg vom Sewer Entrance, dass die erst recht an meinem Garthaus vorbei müssen. Und wir graden den Marktplatz auf Maximum auf Teleportationsamulette. Ja, gut. Langsam nervt es mich doch, dass sie ständig meinen Trading Post hier zerstören. Das ist jetzt schon der zweite, der zerstört wurde. Ja, der Tempel ist fertig. Wir können Heiler anheuern. Und wenn wir ihn upgraden, dann würden wir ein Placing kriegen. Ja, gut. So, jetzt haben wir Heiler. Die wie Mönche aussehen. Und er holt sich gleich schon Heilpotions. Sovereign, ein Bild hat sich upgradiert. Sovereign, ein Bild hat sich upgradiert. Es steht leider nicht drin, wie viele Heiler ich rekrutieren kann. Ob es drei oder vier werden. Ich hoffe mal, dass es vier sind. Und? Ja, vier Heiler kann ich anheuern. So, von oben kommt eine Karawane angefahren. Die hat weniger Gold, weil sie näher am Marktplatz dran ist. Als diese hier. Und ich weiß nicht mal, ob sie das ganze Gold mitnimmt. Na gut. Wir sollten eigentlich soweit sein, dass wir den Palast auf die letzte Stufe upgraden können. Weil ich glaube, Stufe drei ist sogar die letzte Stufe. Dadurch haben wir sechs Passanten, zwei Wachen und drei Tax-Kollektors. Jo, Level drei ist Maximum. Euer Palast hat den höchsten Level erreicht. Aber bevor ihr einen Fairground errichtet, müsst ihr das Schloss der Dunkelheit zerstören. Für den Harden Ground Spell. Das macht das Gebiet stabil. Äh, hab ich ja schon. So, Fairgrounds. Am besten vor dem Sewer Entrance weg, in der Nähe unseres Guard Hauses. Set der Agenda für Royal Tournaments bei choosing Magic, Melee, Archery oder Combo. Ja. Das Schloss der, das Dark Castle ist zerstört. Wir haben den Harden Ground, äh, Zauber. Also die Gegenstände für den Harden Ground Zauber, äh, gesammelt. Jetzt müssen wir nur die Fairgrounds bauen. Währenddessen können wir ja mal gucken, was uns noch so zur Verfügung steht hier unten. Royal Gardens zum Beispiel. Ja, dadurch kriegen wir Geld. Helden meditieren dort, das bringt etwas. Und erhöht die Loyalität der Helden. Ja, Tempel of Helia und Lunort. Sieht jetzt auch dabei. Gut, und wir haben gewonnen, weil wir haben das Ding gebaut. Sehr schön. Gut, damit haben wir schon die dritte Mission erfüllt. My liege, it's good to see you again. As you're well aware, Ardania's hotlands have flourished under your steady rule. Indeed, your leadership has ushered in a new era of prosperity. However, the untamed Frontier of the Northern Reaches remains a haven for chaotic forces that still threaten our fair land. It is my counsel that you begin a Northern expansion to quell these agents of turmoil. While this adventure presents great challenges, it offers even greater rewards. I'll now take my leave, Majesty, so that you may consider this undertaking and decide where to begin. Ja, er hat gerade, das war jetzt gerade eher Einführung für die Nordreiche. Nachdem wir jetzt ein paar Missionen geschafft haben, hat er gemeint, wir müssen auch mal in den Norden expandieren. Weil dort alles chaotisch ist und so weiter. Das werden wir, wie gesagt, machen, wenn wir im Süden fertig sind. Try an Expert Quest, if you think you are good enough. Ja, wir sind noch nicht gut genug für ein Experten Quest. Wie gesagt, erst die Beginner, dann die Advanced, dann die Expert. Ja, Wizards Curse und Rescue the Prince bleiben noch, damit wir das hier freischalten. Äh, gut. Da fehlen uns auch noch zwei, Horde of the Goblin Horde und Free the Slaves. Das sind die beiden. Und hier drüben sind sowieso ziemlich viele Experten Quests. Ja, gut. Deal with the Demon, das ist eine der Quests, die ich am wenigsten leiden kann, weil das eine Zeit Quest ist. Äh, aber erstmal Rescue the Prince. This morning, while cleaning out the Royal Courier Pigeon Roost, a servant noticed an unfamiliar bird. Attached to its leg was a message. It reads, I am trapped in the tower of an evil wizard. Please, please, please rescue me. My mother, the Queen of Valmorgan, will richly reward you. Scouts confirm that the young Prince of Valmorgan recently vanished while on a hunting trip. The reward and goodwill generated by this rescue would do our kingdom well. Mhm. Wir sollen also den Prinz von einem Nachbarkönigreich retten. Deswegen die Rettung des Prinzen. Also starten wir. Oh, und wir haben dieses Mal keine Ranger-Gierde zur Verfügung. Also wir sollen den Gefängnisturm zerstören, in dem der junge Prinz gefangen ist. Und die Zauber unserer Wizard-Gilde könnten uns helfen. Deswegen, ja. Da wir uns nicht auf die Unterstützung unserer Ranger verlassen können in dieser Quest, sollen wir den Fernsicht-Zauber der Wizard-Gilde benutzen. Ja. Die ist hier übrigens. Sprich, Zauber von der Wizard-Gilde, um die Prinzen zu finden und die Gegner zu besiegen. Ja. Upgrade deine Wizard-Gilde, um mehr mächtigere Zauber zu erlangen. Oder weitere die Reichweite der Wizard-Gilde. Ja, ich muss mich erst mal um andere wichtige Sachen kümmern, bevor ich hier unten mich weiter umsehe. brauchen wir jetzt erst einmal eine Warrior-Gilde. Und eigentlich eine Blacksmith. Und ganz dringend Arrows. So, wir haben hier unten noch... Achso, wir haben noch mehr Zettel hier. Ja, gut. Marktplatz. Ja, Marktplatz Upgrade für mehr Geld. Für mehr Einnahmen sorgen, damit wir die Zauber von der Magier-Gilde bezahlen können. Nein, Brummi. Zauber können mächtige Zauber in der Bibliothek erlernen. Sobald wir sie erforscht haben. Intelligente Helden sind sogar auch in der Lage, einige Zauber zu lernen, ja. Das heißt, wir können hier zum Beispiel Fire Blast, Magic Resistance, Train Intelligence... Das sollten wir zum Beispiel schon mal erforschen. Und unsere ersten Zauberer anheuern. Zauberer sind Glaskanonen, aber wirklich reine Glaskanonen. Kein Held in diesem Spiel macht mehr Schaden als Zauberer. So, da noch die Rogue-Gilde. Da sind wir nämlich schon mal ziemlich gut beisammen. Hier, Healing Potions. Ich glaube, die Library sorgt dafür, dass Forschungen weniger kosten. Ja, 5% aller Forschungen kosten 5% weniger. Und da ist schon unser erster Wizard gestorben. Und wir von dem Wehrwolf verfolgt. Wie gesagt, 6 HP ist nicht viel. Aber sobald er mal Level 2 erreicht hat, der Magier. So, magische Resistenz hier erforschen. Mag-Tag hier erforschen. Den Wachtturm upgraden, das hilft. Ein Sewer Entrance ist erschienen. So.